so ich muss mal video machen von meinem guten freund den martin aus tennessee mal gucken ob das auch scharf wird hier das ist mein stift guter kerl so martin das ist der siefstraum hier und da ist ja schon die decke hier so den haben wir fertig den hier da hängt das tonne schwere ding dran ja das ist ein schiefsraum hier wie kann man hallo zu martin ja genau aus wiesbaden aus hesse ja also wie gesagt den bauen wir gerade hoch da dann hast du jetzt mal einen kleinen überblick auch über die platzverhältnisse hier nicht arg viel größer als meine dusche zu hause da geht es auch schon wieder raus hier so